Ich habe total gern schöne Bilder von mir und ich möchte gerne auch mal ganz abgefahrene Bilder haben. Finde ich schön, aber weil ich weiß, dass ich ein Problem damit habe, mich vor der Kamera zu bewegen oder zu posen, würde ich selber nicht darauf kommen, jetzt ein Shooting zu buchen oder so. Ich will nämlich nicht mich nachher nochmal angucken müssen, außer ich sehe total gut aus, dann schon. Ich würde einfach gern mal sehen, wie es so aussieht, wenn ich mal richtig professionell geschminkt bin und wenn man so die Vorzüge irgendwie rausholt, wie es dann aussieht. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich da auch total drauf. Ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Ich finde es ganz schön. Also ich finde, die Frauen sehen einfach immer gut aus. Frauen, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist schon auch professionell. Also die machen das vielleicht öfter nur von den Bildern zu urteilen. Was man da noch rausholen kann, kann ich ja als Normalo nicht beurteilen. Ich glaube, wenn du so ein Künstler bist, in egal welche Richtung, dann hast du auch so ein bisschen das Ohr und den Blick für Schönes, würde ich mal behaupten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020